Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in diesem Video. Mein Name ist Dr. Medkonzernin Wagner, ich bin Frauenarzt und heute möchte ich mit euch über meine Sterilisation sprechen. Wieso, weshalb, warum, das erkläre ich in diesem Video. Okay, er ist Gynäkologe, er ist ein Mann, er hat sich sterilisieren lassen, fein. Wen interessiert das denn eigentlich? Genau die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt und musste aber zu dem Schluss kommen, dass es vielleicht doch den ein oder die andere interessieren könnte, weil die Konstellation ist einfach eine besondere. Zum einen bin ich ein Mann und als Mann habe ich natürlich alle Sorgen, Ängste und Bedenken, die ein Mann vor so einem Eingriff natürlich auch hat. Zum zweiten bin ich Gynäkologe und weiß deswegen natürlich sehr gut über alle Verhütungsmethoden auch der Frau Bescheid und wenn man da eins und eins zusammenzählt, habe ich mich ja dennoch für eine Sterilisation entschieden, obwohl ich ja den Zugang zu weiblichen Verhütungsmitteln habe wie kein anderer. Und zum dritten stehe ich natürlich ein Stück weit in der Öffentlichkeit. Mit meiner Reichweite auf den sozialen Medien erreiche ich unglaublich viele Menschen und habe deswegen natürlich auch eine gewisse Verantwortung, euch auch daran zu beteiligen, an meinen oder unseren persönlichen Entscheidungen, was das Thema Verhütung angeht. Also summa summarum bin ich jetzt doch zu dem Schluss gekommen, dass ich mich jetzt hier hinsetze und euch ein bisschen teilhaben lasse an unseren Überlegungen bezüglich der weiteren Kinderplanung oder der Verhütungsfrage. Und um ein paar Fragen vorab zu klären. Ja, also ich mache das definitiv ganz bewusst öffentlich, aus dem Grund Leuten, vor allem den Männern, vielleicht auch ein Stück weit die Sorgen beziehungsweise die Bedenken abzunehmen, die ich selber auch hatte. Und ja, ich weiß, ich bin jetzt noch nicht 50, sondern ich bin Mitte 30, also sehr jung, bin mir also der Tragweite dieser Entscheidung und dieses Eingriffs durchaus bewusst. Und ja, ich bin kein Urologe, sondern nur Gynäkologe, habe mich dennoch sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt, sodass ich euch auch hier valide und evidenzbasiert Dinge erklären kann. Wobei dieses Video wirklich meine persönlichen Empfindungen sind. Das Video zur Aufklärung, was genau die Vasektomie ist, wie sie vonstatten geht, welche Risiken es gibt, das seht ihr alles hier in dem neutraleren Video. Jetzt starten wir aber mal mit meinen Bedenken oder auch, wie es mir ergangen ist vor, während und nach meiner Vasektomie. Also grundsätzlich muss man ja vorwegnehmen, wie es zu der Entscheidung kam. Es ist so, dass wir ja zwei Kinder haben und mit denen auch sehr glücklich sind und für uns eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern ziemlich sicher ausgeschlossen war, dass wir noch ein weiteres Kind möchten. Das war schon vor der zweiten Geburt mehr oder weniger klar. Liegt an vielen persönlichen Gründen, unter anderem natürlich auch daran, und das ist auch ein Mitentscheidungskriterium für mich jetzt persönlich als Mann, mich sterilisieren zu lassen, ist Mareike jemand, die unglaublich super gerne, übrigens meine Frau, wer die jetzt nicht kennt, sie ist unglaublich gerne Mama, aber sie war nicht so super gerne schwanger. Das liegt daran, dass sie Schwangerschaften hatte, die jetzt nicht so rosig waren und alles andere als angenehm und sie doch sehr gelitten hat in den Schwangerschaften. Und diese Thematik ist natürlich auch in meinem Kopf, dass ich ihr diesen Umstand nicht nochmal antun möchte. Denn wenn es doch passieren sollte, dass man schwanger wird, ja, Frauen sind halt die, die dies ausbaden müssen tatsächlich und in die eine oder andere Richtung. Entweder man entscheidet sich für eine ungeplante Schwangerschaft, trägt die aus und möchte dieses Kind haben und großziehen oder aber die andere Seite gibt es natürlich auch. Man muss überlegen, eine Abtreibung machen zu lassen und das ist tatsächlich immer auf dem Rücken einer Frau. Und diese Entscheidung, den Frauen schon mal abzunehmen, indem man als Mann Verantwortung übernimmt, war natürlich auch ein großer Gesichtspunkt. Dann ist natürlich ein weiterer Grund gewesen, kenne ich alle Verhütungsmittel, die es so gibt, hormonell, nicht hormonell. Alle haben so ihr Für und Wider. Für mich gibt es nicht die perfekte Verhütungsvariante für die Frau und eigentlich auch nicht für den Mann. Selbst die Vasektomie hat ja so ihre Pros und Cons. Aber für mich war klar, dass alles hormonelle schon mal wegfallen sollte für Mareike. Gerade wenn wir sagen, Kinderwunsch ist abgeschlossen. Wenn man jetzt das Finanzielle anguckt oder auch Nebenwirkungsrate etc. ist für mich alles hormonelle schon mal außen vor. Nun wissen ja die meisten, dass ich auch großer Fan und Mareike auch von der natürlichen Familienplanung bin, also die symptomale Methode auch angewandt haben. Und das ist auch eine gute Sache. Nur man muss sich halt sehr intensiv und täglich mit Verhütung auseinandersetzen. Man muss also jeden Morgen Temperatur messen oder seinen Progesteronwert bestimmen. Man muss eine App führen. Man muss seinen Cervixschleim beobachten und die anderen Veränderungen. Kriegt dann raus, wann die fruchtbare Phase ist. Muss da mit Kondom verhüten. Also alles doch für eine abgeschlossene Familienplanung eigentlich ein bisschen aufwendig. Ja, und so kamen wir zum Schluss. Das war eigentlich auch relativ früh klar, dass wir oder ich mich sterilisieren lasse. Ja, und dann kam es dazu, dass ich dann halt meinen ersten Termin bei einem Urologen hatte. Und das war putzig. Also vom Ablauf her, ihr ruft an, sagt, ja, Versaktomie, Vorgespräch und dann kriegt ihr einen Termin und dann geht ihr da hin. Und beim Urologen selbst war ich auch vorher noch nicht. Interessanterweise haben wir rausgefunden, dass wir, also der Urologe, der mich betreut und ich, uns kennen. Also wir waren im selben Abi-Jahrgang. Wir waren zusammen quasi auf der Schule und haben tagtäglich miteinander zu tun gehabt, haben das Ganze aber erst so zehn Minuten später, als wir voneinander saßen, gecheckt. Ich glaube, ich war sogar schon nackt. Und dann haben wir irgendwie über Medizin gesprochen und dann hat es Klick gemacht, dass wir uns kennen. Also da war schon mal so ein bisschen der Eisbreaker. Nervös war ich jetzt vor diesem Vorgespräch nicht. Auch nicht sonderlich vor der Untersuchung. Ich wusste, dass man da auf jeden Fall mal blank ziehen muss und muss natürlich der Hodensack und der Hoden untersucht werden, ob die OP überhaupt möglich ist und welche Voraussetzungen da sind. Also das war für mich fein und war für mich auch mal ein besonderes Erlebnis, mal auf der anderen Seite zu sitzen, nackt und nicht den Menschen sagen zu müssen, sie sollen sich ausziehen. Und viel mehr war es nicht. Es war ein Gespräch, ein Vorgespräch über riesigen Nebenwirkungen. Da komme ich gleich noch zu. Und eben eine kurze körperliche Untersuchung. And that's it. Und dann bist du rausgegangen mit einem OP-Termin. Was mir im Kopf geblieben ist tatsächlich, ist das Aufklärungsgespräch mit allen Blutungen, Infektionsgefahr und so weiter und so fort. War mir alles bewusst. Was aber wirklich hängen geblieben ist, ist, dass er sagte, es ist ein irreversibler Eingriff. Denn ich hatte mich im Vorfeld natürlich mit vielen Dingen auseinandergesetzt und dieses Wort irreversibel ist aber so nie in meiner Recherche gefallen. Und als er das dann so sagte, dachte ich, jo, stimmt, das ist irreversibel. Das ist dann, also ich bin dann zeugungsunfähig danach. Kam jetzt nie der Punkt auf, dass ich das angezweifelt hätte, dieses ganze Vorhaben. Aber es war schon, es hat schon kurz mal was mit einem gemacht. Deswegen auch an alle Frauen. Es ist nicht für die Männer so einfach, diesen Schritt zu gehen. Das liegt wahrscheinlich ganz tief auf den Genen, dass wir einfach Vermehrungsmaschinen sind. Deswegen feuern wir 30, 40 Millionen Spermien raus pro Ejakulation. Wir sind einfach dazu ausgelegt, uns, weiß ich nicht, unsere Gene zu spreaden. Und wenn man dann hört, dass das nicht mehr möglich ist, dann ist das schon mal so ein herber Einschnitt, sag ich mal. Je nachdem, wie man so drauf ist als Mann. Ich bin da ja, ja, so dreiviertel Frau, nehme ich an, genetisch, warum ich auch Gynäkologe bin. Aber es ist schon, es ist schon was. Und dann geht man nach Hause und hat dann natürlich noch ein bisschen Bedenkzeit bis zum OP-Termin. War für mich jetzt aber auch alles fein. Ich hatte den OP-Termin lustigerweise kurz vor meinem 36. Geburtstag. Bin jetzt also 36. Sterilisation ist mit 35 erfolgt. Auch sehr früh muss man, ja, sehr früh nicht, aber es ist schon eher früh. Und das muss man natürlich auch im Kopf haben. Meine Verwandtschaft hat das auch so mal kurz in den Raum geworfen. Willst du nicht noch ein bisschen warten? Ist schon noch sehr früh. Also das war schon ein Punkt, wo aufgehorcht wurde. Aber für uns, wie gesagt, war das klar. Und ich weiß natürlich auch, dass alles noch passieren kann. Jetzt momentan läuft eine Beziehung super, ist alles stabil, ist alles tip-top. In zehn Jahren kann es komplett anders aussehen. Mareike hat auch gesagt, was machst du denn, wenn ich mit den Kindern vorm Baum fahre? Und auf einmal bist du wieder alleine da. Willst du dann keine Kinder mehr? Dann habe ich gesagt, nee. Also Stand jetzt aktuell will ich keine Kinder. Und da bin ich mir sehr sicher. Und deswegen ist diese Entscheidung für mich so stetig und ist nicht verrückbar. Okay. Dann, kurz vor meinem Geburtstag, OP-Termin. Ganz interessant, ist ja ein ambulanter Eingriff. Und man muss also nicht nüchtern bleiben oder irgendwas. Ich habe also ganz normal, es war ein Freitag, meine Sprechstunde gehabt. Ich habe die letzte Patientin vorgezogen, dass ich dann noch ein bisschen, es war irgendwie um 12 Uhr sollte es losgehen. Bis 12 habe ich so eine Sprechstunde. Ich habe also alles ein bisschen, wollte ein bisschen Entspannung noch kurz vorher haben und was essen. Das ist halt auch das Coole. Man kann ja vorher was essen und trinken. Dadurch, dass es eine lokale Betäubung ist, habe ich da keine Probleme mit der Narkose. Ich wäre sicherlich viel nervöser gewesen, wenn eine Vollnarkose angestanden hätte. Einfach aus dem Grund, weil eine Vollnarkose irgendwie mit Kontrollverlust und so macht schon auch nochmal was mit einem, als wenn man dabei wach ist. Und ja, bin ich reingegangen, habe mich vorgestellt, habe gesagt, ich habe einen Termin. Aha, ja. Dann musste ich kurz im Wartezimmer warten. Und da wurde ich dann doch langsam ein bisschen hibbelig. Ist ja auch klar. Also irgendwie ist da ja trotzdem ein Eingriff. Man weiß so nicht so richtig, was auf einen zukommt. Und wie es jetzt weitergeht, das ist ja immer so dieses Unvorhergesehene, macht einem ja so ein bisschen kirre. Da wurde ich aber relativ schnell erlöst und in den OP gerufen. Ja, OP-Atmosphäre kenne ich ja Gott sei Dank recht gut. Deswegen war das jetzt für mich auch nicht so schlimm. Die nette OP-Assistenz, die Dame hat mich dann auch in so ein Eckchen geschickt und hat gesagt, da mal untenrum freimachen bitte. Und ich musste natürlich irgendwie doofen Spruch lassen, weil das natürlich der Satz ist, den ich täglich hundertfach jemandem anders sage. Und diesmal hat es mich erwischt. Schlauerweise, das empfehle ich auch allen Frauen, habe ich oder trage ich generell relativ lange Shirts, sodass ich dann, als ich dann unrum nackig war, jetzt auch gar nicht so mich unwohl gefühlt habe, weil mein Gemächt noch bedeckt war durch dieses T-Shirt. Was dann aber ungefähr 30 Sekunden später nicht mehr war, weil man muss sich dann natürlich auf so einen OP-Tisch legen und warten, bis der Operateur kommt. Und in der Zeit wird man da schon mal präpariert, hochgeklappt, Tücher abdecken und so weiter. Man liegt da also nackig vor fremden Menschen. Und das ist ja eine Erfahrung, die Männer gar nicht bis sehr, sehr spät erst machen. Das muss man auch, darf man nie unterschlagen. Frauen sind ja oftmals unter 20 schon das erste Mal beim Gynäkologen oder bei der Gynäkologin vorstellig. Die kennen das also, fast jährlich nackt zu sein. Das ist natürlich trotzdem nicht schön und man gewöhnt sich auch nicht dran, aber man kennt die Situation schon ein bisschen besser. Männer kennen die Situation ja gar nicht und Männer sind auch mal sehr sensibel. Auch dahingehend haben oft die Kerle ein bisschen Bedenken, sich dann nackig zu zeigen. Aber es war dann irgendwie auch okay. Man hat dann sich so in das Schicksal gefügt und weiß ja auch, dass die das täglich machen. Also ich war dann auch nicht mit Scham oder sowas behaftet, sondern es war für mich dann okay. Dann kam er rein, hat erstmal desinfiziert und ein bisschen Smalltalk gemacht hier und da. Auch nochmal gefragt, ob ich mir sicher bin. Das ist ja auch wichtig. Und dann war eigentlich der Moment gekommen, wo ich am meisten Bammel vorhatte. Und das ist die lokale Betäubung. Also wenn ich mir vorstellen muss, da piekst mir jemand in meinen Hodensack rein oder in meinen Penis rein, dann fand ich das doch etwas unangenehm. Ich finde das ja schon beim Zahnarzt unangenehm, wenn hier irgendwo in den tiefen Gaumen was reingeknallert wird. Und jetzt dort unten. Es war dann tatsächlich, der Moment, wo er dann die Lokale gesetzt hat. Nicht so schlimm, wie ich jetzt vermutet hatte. Natürlich ein Pieksen. Das ging relativ schnell vorbei. Und dann spritzt er aber das lokale Anästhetikum quasi in so eine Gefäßscheide, wo Nerven oder wo auch der Samenstrang lang laufen. Also da in die Nähe. Das drückt unheimlich. Also du hast das Gefühl als Mann, du hast einen Fußball in die Eier bekommen. Und das ist kurz echt total unangenehm, weil das echt ein blödes Ziehen ist. Und jetzt wurde es lustig. Aber es war mir so unangenehm, weil jetzt saß die Betäubung. Und nach so fünf, sechs Minuten hat er mal getestet mit so einer spitzen Pinzette. Ich habe alles noch gemerkt. Er hat gesagt, okay, es zwackt noch ganz schön. Also nochmal fünf Minuten gewartet. Und dann testete er nochmal. Ja, okay. Nee, ja. Ich merke das auch. Doch schon noch. Und nochmal fünf Minuten gewartet. Und ich so, okay, kacke. Ich muss jetzt hier irgendwie. Wahrscheinlich ist das so. Wahrscheinlich muss ich ein bisschen was merken. Ich dachte eigentlich, es wäre komplett taub. So kenne ich das jedenfalls. Dann hat er wieder getestet. Das war schon 20 Minuten vergangen. Und er fing dann so ein bisschen an und hat nur an mir gemerkt, dass ich ganz schön die Zähne zusammenkneife. Dann tut es noch weh. Ich so, ja, aber jetzt komm, macht. Ihr wollt ja, es war ja Freitag. Ihr wollt ja auch nach Hause. Zieh durch. Komm, ist egal. Aber ich habe ganz schön geschwitzt. Oder nee, nee, keine Sorge. Also dann spritzen wir nochmal nach. Dann kam extra noch eine andere Helferin, hat noch Lokalanästhetikung gebracht. Ich dachte, ey, was ist denn hier los? Der Wagner stellt sich komplett an und braucht hier einen Liter Lokalanästhetikum. Aber nach weiteren fünf, sechs Minuten, das war eine lange Zeit, ich lag da also wahrscheinlich 20, 25 Minuten einfach entblößt nackt und wir haben Smalltalk gemacht, ging es dann. Dann fing er an und ich habe nichts gemerkt. Und das war so cool. Das war so erleichternd für mich, dass ich einfach gesagt habe, okay, jetzt geht es los. Ich merke davon nichts. Ich merke zwar, dass er da was macht, aber kein Schmerz, überhaupt nichts. Und das war cool. Da konnte ich mich also ganz so ein bisschen drauf konzentrieren, was er da macht. Ich habe dann, er hat mich gefragt, willst du mal gucken? Und ich habe dann mal so über das Tüchlein geschaut und habe mir das angeguckt. Gerade den Moment, wo er meinen Samenstrang dann den einen so in der Hand hatte. Und das war ein sehr emotionaler Moment zwischen mir und meinem Samenstrang. Dem linken war es, glaube ich. Wir haben uns kurz verabschiedet. Und dann bin ich auch mal in die Bredouille gekommen, so einen dämlichen oder klassischen Urologen-Witz wahrscheinlich ausgesetzt worden zu sein. Denn er hatte dann diesen Samenstrang in der Hand und auf der anderen Seite natürlich das, womit er diesen Samenstrang jetzt durchtrennen wollte und fragte noch mal kurz, ob ich mir auch sicher sei. Guckte mich an und schnitt in dem Augenblick quasi den Samenstrang durch. Und war natürlich ein Klassiker. Ich sagte dann, ja, ich war mir sicher. Aber ich hätte ja noch die andere Seite gehabt. Also er hat sich dann nochmal rechtlich abgesichert. Ne, aber sobald da Schnitt gesetzt wird, ist es halt quasi, ist der Drops gelutscht. Aber ganz theoretisch kannst du bis zum Schluss sagen, ne, möchte ich nicht. Gut, der Eingriff an sich. Ich habe diese No-Sculpelle-Technik bekommen. Was das genau ist, erfahrt ihr in dem Video über die Vasektomie. Es wurde also bei mir nur am Penisschaft quasi ein Schnitt gesetzt. Und über diesen wurden dann beide Samenstränge durchtrennt, koaguliert, umnäht und alles war fein. Ganz zum Schluss habe ich dann noch diese Hautnaht bekommen. Das ist ein resorbierbarer Faden. Also das löst sich selber auf. Da muss man nichts ziehen lassen. Und that's it. Und dann war ich fertig. Und ich so, okay, ja, cool. Das war jetzt echt entspannt. Und er hatte mir aber gesagt, ganz wichtig, wenn du nach Hause kommst, weil das Wochenende stand an, ich weiß, du hast zwei Kinder, aber du musst die ersten 48 Stunden, musst du echt kühlen, hochlagern, schonen. Das ist so wichtig. Die ersten 48 Stunden sind super wichtig, dass da nichts schief geht. Ist alles klar. Für mich war jetzt auch klar, dass ich sofort, solange die Lokale noch wirkt, nach Hause muss. Also für mich war das so, aus der Tür raus, noch einen Termin bekommen für das Kontrollschwemmelkram und irgendwie schnell nach Hause, weil ich dachte, okay, wenn es dann losgeht, möchte ich liegen und nicht noch hier irgendwo rumlaufen. Ja, also bin ich dann nach Hause gekommen und alle Kinderchen und Frau waren natürlich schon da und haben mich empfangen. Und die wollten natürlich, jedenfalls die Große, wollten natürlich sehen, was da jetzt passiert ist. Wir hatten das vorher mit ihr gesagt, was da gemacht wird, warum das gemacht wird. Und ja, da muss ich also im Wohnzimmer erstmal blank ziehen und ihr das alles zeigen. Also den Naht und was weiß ich, das Pflaster, das war natürlich ganz wichtig. Ja, und dann habe ich mich eigentlich auf die Couch gelegt und dachte, cool, jetzt kann es losgehen. Ich wartete also darauf, dass die Lokale nachließ und der Schmerz einsetzte und habe mir schön Netflix angemacht und dachte, super, das wird ein cooles Wochenende. Wusste aber auch noch nicht so ganz, wie ich das Ganze hochlagern sollte. Also wie ich den Hohnensack jetzt hochlagere. Ich habe da einen kleinen Trick gewandt. Ich habe einfach ein Glas von uns genommen, so ein Trinkglas. Das standen zwei, drei im Kühlschrank. Die waren also eiskalt. Und da konnte ich dann mit der geschlossenen Seite meinen Hohnensack so hochbocken und den so da drauflegen. Und obendrauf dann noch so ein Kühlpad von der Brust von Mareike, meiner Frau, für den Milchstau. Und das war dann super. Ja, und so vergingen dann die ersten Stunden und ich habe umsonst auf einen Schmerz gewartet. Es war ein dumpfer Druck in den Leisten, so wie man es kennt, wenn man mal irgendwie einen Schlag in die Eier bekommen hat. Also wirklich so ein Ziehen in der Leistengegend. Aber nicht, dass ich das gesagt hätte, das ist ein penetranter, krasser Schmerz. Das fand ich cool. Die Ibuprofen lag da rum. Ich so, das brauche ich eigentlich nicht. Und dann ging es leider los bei mir. Oder nicht bei mir, sondern bei meiner Frau. Ich hatte erstmal Schiss vor der Nacht. Ich denke, okay, nachts wird es bestimmt unangenehm drauf zu liegen. Aber war auch voll okay. Und ich hatte Angst vor der nächtlichen Erektion. Männer und Frauen kriegen ja nachts Erektionen. Wisst ihr sicherlich. Ja, auch morgens. Und da hatte ich ein bisschen Bammel vor. Ich hatte ja eine dicke Naht am Penis und dachte, okay, wenn der jetzt so irgendwie aufs Doppeldange schwillt, dann wird das richtig spannend. Aber ging voll klar. Ich bin dann nachts wach geworden, habe das gemerkt, dass da was passiert. Aber habe dann so in mich reingefühlt. Nö, ging eigentlich auch klar. Und dann hörte ich aber schon von drüben. Es waren irgendwie drei, vier Uhr nachts. Kotzgeräusche. Ja. Das war dann das mit dem schonen, kühlen und hochlagern hatte sich dann für mich erstmal gegessen. Denn jetzt ging bei uns schön Magen-Dame rum. Also Mareike hat es erstmal voll erwischt. Und die Kinder waren auch nicht so ganz on top. Ich habe also den Samstag damit verbracht, nicht auf der Couch zu liegen, so wie ich es mir schön gewünscht hätte, sondern einfach diese Familie zu versorgen. Konnte mich deswegen nicht gut schonen und hatte dann abends schon das Gefühl, dass es ordentlich gepetzt hat und wehgetan hat. Das wäre sicherlich nicht passiert. Hätte ich einfach weiter mich geschont und gekühlt. Und Sonntag auf Montag ging es dann bei mir los. Also ich habe komplett meine Vasektomie vergessen, weil ich dann drei, vier Tage Magen-Darm hatte und einfach nur rumgehangen habe mit Infusion zu Hause lag. Und kann jetzt fast zwei Wochen später sagen, ich habe überhaupt nichts großartig gemerkt an Schmerzen. Also es war wirklich nur die ersten Stunden, diesen Druck. Das Einzige, was ich wirklich hatte, als ich so Baby geschuckelt habe nachts, diese Bewegungen waren irgendwie nicht cool für meinen Sack. Aber das ist ja irgendwo logisch, wenn er frisch operiert wurde. Ja, der war schön grün und blau, aber nicht schmerzhaft. Das Einzige, was längere Zeit sich bemerkbar gemacht hat, wenn man drauf gefasst hat, war die Naht quasi am Penis. Und wenn ich da jetzt drauf rumdrücke, da merke ich die auch immer noch. Aber sie ist halt auch noch nicht komplett verheilt. Das ist ja jetzt noch nicht so lange her. Von daher ist das so das Einzige, was ich bis jetzt gemerkt habe, was irgendwie auf der Negativliste wäre. Ja, also war es für mich jetzt eine Entscheidung, die ich jedes Mal wieder so treffen würde. Natürlich habe ich mich vorher informiert über, wie geht es danach weiter mit Libido, mit der Erektion, mit der Ejakulation. Was passiert da? Ändert sich irgendwas? Prostatakrebsrisiko war natürlich ein Riesenthema. Habe ich mich reingefuchst in die Recherche. Wie hoch da das Risiko ist und so weiter erfahrt ihr, wie gesagt, in dem anderen Video. Und habe dann mein Resümee gezogen. Habe gesagt, okay, von meinem Sexualleben und von meinem Testosteronspiegel, also meiner Männlichkeit, bleibt alles, wie es ist. Ich habe meine Ejakulation. Es sind nur keine Spermien mehr drin im besten Falle. Und dieses wenig prozentige Risiko, Prostatakarzinom zu erkranken, nehme ich definitiv in Kauf, weil ich auch weiß, was hormonelle Kontrazeptive für ein Risiko haben für Brustkrebs. Also war das für mich nie ein Entscheidungskriterium, das nicht zu machen. Und jetzt auch danach, was den Wundschmerz angeht und was die Funktionalität danach angeht, gibt es nichts zu bedenken. Also liebe Männer, ich habe die Sorgen auch geteilt. Ich habe sie auch in meinem Kopf gehabt. Es waren unberechtigte Sorgen. Es ist alles gut und ich kann jetzt in die Praxis mich setzen und weiterhin propagieren, wenn Kinderwunsch abgeschlossen ist und Frau sagt, ich möchte einfach auch nichts mehr machen lassen an mir, mit mir. Dann kann ich guten Gewissen sagen, dann fragen Sie doch mal Ihren Mann, sich vasektomieren, also sterilisieren zu lassen, ob das nicht nur Option ist. So, ich hoffe, ich habe alles soweit richtig erläutert und ihr könnt damit ein bisschen was anfangen. Mit meinem persönlichen Erfahrungsbericht ist jetzt nichts geschönt, war wirklich alles so, wie es ist und ich habe bisher überhaupt keine Einbußen. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr konntet daraus ein bisschen was mitnehmen jetzt und ich hoffe, ich konnte die Männer ein bisschen beruhigen oder auch die Frauen, die Sorge um ihre Männer haben, dass das alles gar nicht so dramatisch ist. Schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, ob und wie ihr euch entschieden habt, was das Thema Vasektomie oder Sterilisation allgemein angeht, ob Frau oder Mann oder ob überhaupt und warum auch nicht. Das würde mich mal interessieren und wie viele eurer Männer, es gucken ja hier 98% Frauen zu, doch auch Bedenken haben, was das danach, das die Funktionalität angeht. Ich glaube, das ist die größte Sorge bei den Männern, dass sie entmännlich sind, dass sie keine Erektion mehr bekommen. Das sind doch die Klassiker, oder? Dass sie psychische Einbußen haben, weil ihr Testosteronspiegel singt. Solche Geschichten höre ich jedenfalls von den Frauen in meiner Praxis immer wieder, dass das die Sorge sind und ich hoffe und glaube, dass ich mit diesem Video ein bisschen dazu beitrage, diese mythenbehafteten Aussagen jetzt in die Geschichtsbücher zu verlagern. Ich wünsche euch einen schönen Tag, wir hören uns und sehen uns im nächsten Video. Wenn euch solche Videos auch mal interessieren, persönliche Meinung zu etwas, wenn es irgendwie ein bisschen fachlich ist, dann schreibt mir dieses Thema gerne auch mal in die Kommentare. Bis dann, tschüss.